Habe ich irgendwie nicht gemerkt. Ich bin jetzt schon dreimal in der Luft gespawnt. Ja und da habe ich nix von gemerkt. Nee. Ja natürlich ich habe gesagt ich bin in der Luft gespawnt. Ja und? Das hilft ja aber leider nix. Irgendeiner schießt? Ja das ist ja der liebe Ben. Ich weiß nicht warum aber ich dachte gerade bei mir geht ein Creeper hoch. Ich wird angeschossen ich wird angeschossen. Geh weg. Jan warst du das? Ich glaube es ist Jan weil er hat keine AP mehr. Ich wurde gerade angeschossen. Hier nicht ein Toter. Mit was wurde er getötet? Welche Waffe? Ich wurde angeschossen. Gamerplay. Gameplayer. Gameplayer. Ja Gameplayer Gameplayer. Bam! Headshot in your raffig Fados und ganz hinten. Vorm letzten Arsch der Weltgungel. Ich bin Sniperkottos. Ich bin Sniperkottos. Ich bin Sniperkottos. Ich schieße auch in deine Fotos rein. Komm ja Junge. Ich bin Sniperkottos. Du hast gerade deinen Bruder gemoxt. Jetzt wuchs ich. Er hat seinen Bruder gemoxt. Ich dachte Inzest ist egal. Wenn du bist tot. Du darfst nicht mehr reden. Tut mir leid. In Johannes. Oh fuck. Achso Treffen muss gelernt sein. Alter. Ey er ist fast tot. Na Fasa ist hier fast tot. Alter mein Aim ist schlimmer als die Mona Lisa. Ja. Ja. Ja das ist sie. Sag mal. Willst du mich gerade verarschen? Verreckt doch. Du musst ein bisschen besser aimen. Das ist zu weit der Reichweite man. Alter. Ich wollte gerade sagen. Zieh ein bisschen tiefer. Zieh doch auf den Körper oder so. Tiefer. Tiefer. Ja. Ja. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Wo ich hier fast eher ein Kulier. Na schon wieder. In der Lea. Ey du geil dort. Ich erinner mich auch mal. Ja ne. Dam 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 dam. Alter du bist so scheiße. Komm her jetzt. Alter wo ist die Fotze? Da war ich bei dir am YouTube eigentlich beleidigen? Und dann kommt dann ja so ein Dude. Kommt das nicht ein bisschen spät die Frage? Ja besser spät als sie ne? Wo ist denn die? Die. Die die die. Die die die. Ein bisschen B schadet nie. Boah nein. Was kannst du eigentlich Rex? Ich sag doch. Ich bin Steifus Gotthus. Ihr Wichser. Ey Jan. Ja gar nix. Boah alter und was war der Schuss. Alter eben der toten Chat war eh besser alter. Boah Ben was hast du? Zum wieviel Mal hast du jetzt meinen Knife geschnuckt? Vierten Mal. Ja aber es war hart sexuell. Was ist das? Ne man. Dieses Mal hab ich den Knife. Ja eben. Wollte grad sagen. Grad hab ich den Knife Diebstoff bekommen Alter. Lass mich raten. Jetzt musst du mich erstmal knifen. Ja man. Okay. Ich werde es auch mal schaffen Twitter zu werden. Ich mein diese. Ich weiß noch nicht. Ich hab noch ein anderes Video auf Platte. Was heute beziehungsweise morgen erstmal hoch muss. Und dann danach. Knife zwei mal wieder. Ich finde die Uwe. Weil ich würde es dann am besten so gleichzeitig hochladen. Ja pass auf. Lad es erstmal hoch. Aber setzt auf. Dann veröffentlichen auch so ein bestimmtes Datum. Dann veröffentlichen wir es einfach gemeinsam. Also ich fahre öffentliche zum Beispiel immer um. 17 Uhr. Okay Rex. Dann machen wir es noch zusammen. 17 Uhr. Doch du kriegst mich. Graha. Beide sind Traitor. Echt so. Beide sind Traitor. Wie immer Alter. Ich könnte ihn nicht verschießen. So ist nicht so. Ihr müsstet unbedingt auf Zero aufpassen. Dem Sniper Bro. Ne nicht Sniper Bro. Und den Sniper Gottes. Zero. Wie kann ich dir ein Opfer machen. Eine Opfergabe. Du musst einfach nur zu ihm hingehen. Du bist dir das größte Opfer. Was ist passiert? Warte. Ich bin mir jetzt nicht genau. Sicher ob du T bist oder nicht. Was ist passiert? Ich hab... Ich... Ich... Ich weiß es nicht. Also warte. Ich hab schnell. Moment. 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 Also Rex hat mich angeschossen. Oder nicht. Der ist tot. Da vorne. Da vorne ist Kura. Da vorne ist Kura. Hey. Weißt du eigentlich, dass ich mir 100% sicher bin, dass du Traitor bist Kura? Oh. Er hat eben ein Knife in der Hand. Jungs. Wie gesagt. Ja. 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 Ich benutze Kura. Nein. 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 Mein Zeigefinger hat so komisch gezuckt und dann ist mir einer vor die Flinte gelaufen. Ich hab mir einen Hatshot gesetzt. Nein. Was ist denn da mit euch los? Nein. Und er war innocent. Oh nein. Oblig es tut mir so leid. Nein. Das ist ja dein Klammer. Nicht meins. Nein. Äh. Kura. 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 Nein. Oh Mann. Oh Mann. Das war grad. Das war grad so geil. Ich seh einfach wirklich so ne weiße Plakken. Rennschuss. Und tot. Scheiße. Die weiße ist ja gar nicht da. Oh Oh. Scheiße. Oh Oh. Warte. Ich hab's gestorben. Ne. Ich hab's gestorben. Es. Endlich hast du's gemerkt. Eisi. Boah. Du Arschloch, Alter, na warte, ich find dich, ich find dich mit der G-A-Tore, ey. Hahaha! Loi. Nice. Oh Mann, wieso musste mein Zeigefinger genau in dem Moment schpacken, in dem der links vor mir steht, ey. Oh Mann! Dein Zeigefinger ist verwackt, Alter. Alter, Peter, freut sich die Freude, Alter. Vor allem, ich denk mal noch so, er ist runtergefallen und ist verreckt. Oh Mann. Na ja, Ben, dann hast du dich leider auf mich konzentriert, ne Ben? Ja, ich hab auch schon vorhin... Oh, war meine Idee, ich wollte diese Ablenkung auf mich machen, damit er von hinten fliegen kann. Scheiße! Vor allem, er freut sich so ein Brett. Ja! Ja! Junge, ich hab mich eben einfach gemütet und hab erstmal ein Fettnachfleisch bekommen und ich gesehen hab, dass du noch lebt. Hä? Ich hab dauerhaft... Neee! Was soll ich sagen, mein Zeigefinger spackt rum und ich geb einfach am linksten Header. Ey, pass auf, die Stadt... Es war ein Critical Hit, ja? 200 Damage! Start einfach deinen Zeigefinger neu, man das verpackt. Das ist echt so. Boah, nee, ey. Alter, wenn du mir den Ast weg gefreut hast... Alter, bis nach, bis vor der Runde war ich führender, ey. Ich war der Führer hier im Raum. Ich bin gleich Führer. Du bist immer noch nur ein schlecht vergaster Jude, Alter. Ja, aber jetzt hättest du echt nie, dass ich den Ast abfreut. Jan, hör auf auf mich zu zielen! Alter, du fickt noch nie, nun! Der war so, jawoll, Alter! Loll! Rex, randomkiller! Was für'n Noob, Mann! Alter, wenn du mich erschreckt wirst, kann ich... ...dafür. Au, ich war bestypert! Zero KOS! Zero KOS! Der ist deinste... Du bist der Einzige, der mich anstypert und auch zerrifft. Zero KOS! Wobei, das spricht gar nicht. Herr, da oben ist einer! Warum? Ist abuse! Was ist eigentlich genauer? Die Rifle oder die MKS? Die Riffle. Die gleich mit dem D, gell? Zero's ist wirklich... Zero's ist einfach wirklich, Alter! Ich musste grad mal testen, du warst grad perfekt! Ich glaub, es ist Jan! Der geht grad die ganze Zeit blickst du auf die Eier! Er schießt mich jetzt deine Wiederspunkte! Wo? Wo ist... Warte, wo ist er? Wo? Vor mir! Da! Wo ist er? Wo ist, äh, Dings? Hinter mir sofort! Leute, Zero's ist übrigens KOS, er hat auf mich geschossen! Ja, ich wollte was testen! Ja! Er schieß ihn, ohne Spaß! Das gibt's doch nicht Wende oder so! Jan steht! Ich werde wieder besniperrt! Nein! Ich bin runtergefallen! Ben, hau ab! Jackpot! Da ist ihn eben umgebracht, kleiner Wichser! Oh fuck, jetzt werden wir zwei Runde... Oh Gott! Ja, die Runde macht mal richtig fun! Warte! Er meinte, die YoungCraft KOS, bevor er verreckt ist, war! Ja! Ich bin ziemlich nicht ver... Ich weiß nicht, wo die Jank ist, ey! Bei denen hab ich grad frisches! Nice! Ich bin kein Traitor gewesen! Rags bester Mann! Wer war denn jetzt als Traitor eigentlich? Ich! Und Rags schießt random auf mich! Der Traitor grad ist mit der Disco-Kombo! Du hat mich voll erschreckt! Ja! Mann, ich wollte schon so Deutsch, was kennst du auch in so nem Traitor? Mensch, Mann! Jan warst du? Da war ich wenigstens vor Peter! Hab ich dich mit der Disco-Kombo weggehauen? Ja! 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 Weißt du, Ranks hat einfach diesen Triggerfinger. Guckt euch einfach seinen Karma an! Oh ja! Ja! Ich mach auch noch mehr Preparing und ich mitten im Game! Ich hab einfach die Disco-Kombo da hingehauen! Ey, ohne Scheiß, wenn ihr das Ding hochladet, ich freu mich jetzt schon drauf! Es wird auch hochgeladen! Oh, Mann! Ey, Junge, ich werd mir mein Video so oft angucken, Alter! Diese Dinger, die mich so erschreckt haben, Alter! Ich find einfach noch geil, wie ich... Wow, ich hab jetzt hier ne Shotgun mit 0 Muni auf der Sniper-Map vor dem Herrn, ey! Juhu! Ach nee! Oh nee! Oh nee! Lp5! Geh mal weg, ich brauch Muni! Da, nicht ne Sniper! Wow, die Sniper! Total Müll, sie schießt sich leer und sie ist weg! Hallo, die ist die beste Sniper von allen! Wenn auf K1, wenn auf K2, wenn es um K2 wird ihn jetzt! Alter! Wenn es um K2 wird ihn jetzt! Wenn es um K2 wird ihn jetzt! Wenn es um K2 wird ihn jetzt! Wenn 1, 2, 3... Mach wirklich, ich bin gleich tot! Ich bin gleich... Lo... Was? Ich bin... Ich bin... Ich bin 100%ig echt geslayt! Ich wette... Er kam mir so gefährlich vor, er... Er kam mir so gefährlich nah an ihrer Tod! Er kam mir so gefährlich nah an ihrer Tod! Aber es war auf der Sniper! Ich bin ruhig! Okay! Peter, ich hab jetzt deine Sniper angegemacht! Dennis, tut mir jetzt sehr leid, ne! Aber du warst dann später schon... Wer steht denn da? Young Crafter! Jetzt lass den Scheiß mit dem CC! Sorry! Jan, soll ich wieder eine Disco werfen? Nein! Ich glaube, Jan ist auch Traitor. Ich habe gerade eben eine Disco getötet. Ja, ich suche gerade eine Disco. Nein, eine Insie will ich nicht. Ich will eine Disco. Da ist eine Disco. Nee, das ist eine Plasma. Auch nicht schlecht. Was? Gamerplay. Also, ey. Gamerplayer. Du kein T-Bist. Gamerplayer-T. Gamerplayer-T. Scheiße. Meine Waffe ist leer und ich aim auf Rexon. Ich hatte die Köpfe von euch irgendwie nicht umgelehrt. War doch genial. Die sind beide T-Bling. Wer? Gamerplayer-T. Was glaubst du, warum ich am Anfang online gestöhnt habe? Ich hatte Rexon als Traitor-Kollegen. Oh, da ist der arme Ben. Also, ich bin eher... Jetzt habe ich hier von Ben extra Knife gekauft. Er geht einfach recken. So eine Flachzange, ey. 48. War das Leben? Gezogen. Ja, hast du. Jetzt kann ich mir nicht mal irgendwie eine Health Station gönnen, weil... Scheiße. Ähm. Jetzt kann ich mir nicht mal eine Health Station gönnen, weil ich meinen Knife für den geilen Ben rausgeholt habe. Ja, du bist in die Fall. Entschuldigung. Und dann wissen wir, wer das ist. Ich bin da. Ah! Ich bin angestellt. Oh, okay. Das wäre ein sehr interessantes Geräusch. Ah, egal. Besser Gamerfeier. Ganz ehrlich, ich bin sorry Rex, aber das war einfach nur... Du kamst wieder schon, die an dich dachte so, alter, nein, 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 nein. Ey, Kura, was soll denn das eigentlich? Ich habe mich schon so auf das Knife gefreut. Ja, aber du warst im Tregel-Shot. Ja. Hat man ja gesehen an meinem Inno gewesen sein und so. Bödian. Warum war auch meine Waffe, ey? Wir hätten nicht nur gewonnen. Nein, Zero ist besser als ich. Letzte Runde, jetzt geht's um die Wurst-Dur. Um die Wurst? Was für eine Wurst-Krakauer? Kackwurst. Willst du den Ben mal oben sehen? Musst du die Tabelle drehen? Shotgun! Ach, jetzt habe ich den Doppelbaudel. Ja, sich auf dieser Map wie bei einer Shotgun freut, Alter. Ich habe eine Shotgun. Willst du den Ben mal oben sehen? Musst du die Tabelle drehen? Ja, ist so klar. Der ist uralt, alter, ohne Spaß. Aber er passt. Ey, komm, ihr wollt mich doch verarschen. Ich war auf dieser kompletten... Ben ist T. ...nicht ein einziges Mensch. Wo ist'n Ben? Wo ist'n Ben? Er ist T. Ich muss hier töten. Ich bin in RDR im Wurst, der der hier rauskommt. Kevin! Ben kämpft, Ben, 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 Ben. Ben hat in die Luft geschossen, ich muss auf Ben schießen. Das ist die Begründung des Jahrhunderts, Alter. Ben, da kommt lieber dann gelaufen. Das ist Kura, 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 Kura schießt auf mich. Game Up Name. St.. JA? HE, HE, HE. I need to jet water! Ja, ey, du, ich bin der Marsch der Welt. Da war's da. So kommt jetzt so eine Fress, ihr seht alle two coins. Da ist einer Bitch. Okay, Peter oder Rex? Rex. Jaja. Da liegt er, da liegt Unidentifizierte am Arsch. Ey, Schnuckiputz! Ja? Willst du jetzt? Lukas, ich weiß, was du da hinten warst. Oh, ist ja jetzt schon letzte Runde. Scheiße. Na, Ben, fünfmal das Messer der harten Sexualität gekostet. Voll geil. Einfach mal vor allen, einfach voll ob wir's geneift. Alter, also...